Ich muss sich den Hund beschäftigen. Ich habe ihm gesagt, er muss unten sitzen bleiben. Trojan, komm! Ja, und jetzt such den Ball, musst du den Ball suchen. War ein bisschen leicht, aber macht ja nichts. Dankeschön, guter Hund. Jetzt macht Platz. Platz. Auf und bleib. Mal schauen, dass du sie traurig musst, Salate machen. Wahrscheinlich gar nichts. Du bringst den Ball, das ist lieb von dir. Komm, nimm den Ball. Nimm den Ball. Nimm den Ball. Da spuckt man den Ball vor die Füße. Der Hund hat er noch mal. Aufpassen. Der quitscht wenigstens nicht dabei. Jetzt such den Ball. Jetzt aufpassen. 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 Ja, du hast gefangen. Du bist ein guter Torwart. Noch einmal. Zurück, 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 zurück. Zurück. Und jetzt aufpassen. Wieder gefangen. Sehr gut, magst du das. Noch einmal. Zurück, zurück. Jetzt aufpassen. Jetzt aufpassen. Pssst. Jetzt aufpassen. Vielen Dank.